Sieh dir diese Nerds an! Ups! Wir haben eure Pappkräfte zerrissen! Schämt euch! Fühlt sich wie ihr Gehirn in einen Spind! Da muss euch keiner mehr sehen! Wer ist das? Wir werden uns auch um dich kümmern! Macht des Mondes! Mach auf! Ich werde dich im Namen des Mondes bestrafen! Mondstab! Was ist los mit dir? Kämpfe, Bro! Ich bin mutig! Das war so cool! Hey, Heiliger Mond! Das ist verrückt! Das ist Sailor Moon! Sie ist echt! Und die Diadem ist umwerfend! Meins aber nicht! Ich will auch ein Diadem! Hä? Mädels, keine Tränen mehr! Hier sind eure neuen Diadems! Wow, danke Sailor Moon! Das ist für euch! Hm, Sternsüßigkeiten! Und ich hab einen Mond, Lolli! Ich muss jetzt los! Bye! Nein, bleib hier! Wir kommen mit dir! Wo sind wir hier? Ein Mädchen hat dir den Hintern versohlt! Hey, hör auf zu lachen! Die Zeit ist reif! So, was ist los mit dir? Nenn mich nicht so! Oh, ich bin Prinz Diamond! Im Ernst? Blödsinn! Prinz Diamond? Wohl eher Prinz Flop? Er hat sich einen Umhang angezogen! Wie du aussiehst! Das auf deiner Stirn! Halt die Klappe! Wie süß! Na du? Was? Oh, stimmt! Mein Kätzchen! Wer ist das flauschigste Kätzchen? Du! Tu das lieber nicht! Das tut weh! Sie kommt mit Fremden nicht klar! Das war grausam! Das war's, Mädels! Ihr müsst jetzt gehen! Danke fürs Vorbeischauen! Was? Hier schon wieder? Juhu! Mondkraft! Das ist heftig! Es reicht! Geht! Bitte! Du bist unser Vorbild! Hilf uns so zu werden wie du! Bitte! Gut! Wir werden zu Sailor Moon! Wo ist sie denn? Gesichtswaschkraft! Mach auf! Meine Haut hat noch nie so gut ausgesehen! Dieses Produkt ist ein Wunder! Ich übernehme die Kontrolle über die ganze Welt! Sailor Moon! Du wirst dir wünschen, wir werden uns nie begegnet! Ich komm dich holen! Ich komm dich holen! Befeuchtungszeit! Hier ist etwas Feuchtigkeit, Holly! Echt jetzt? Jetzt bist du dran! Das war's! Das war's! Ich gebe auf! Flehe um Gnade! Hilf mir bitte! Lass dein Leiter! Damit Hollys Wasserpistole kein Wasser mehr hat! Puh! Es hat geklappt! Danke! Ich hab' kein Wasser mehr! Ihr braucht Hautlotion! Ah, Nancy! Dein Pickel ist so groß wie der Mond! Ich muss hier loswerden! Mir wird schlecht! Wir brauchen eine Serviette! Ganz viele! Ich bringe Müll raus! So schwer! Lass uns das zusammen machen! Lass mich das machen! Ich bin ein Profi! Beweg dich! Was ist denn da los? Öffne die Tür auf drei! Eins, zwei, drei! Wahnsinn! Aber was ist das? Unsere Schminktasche! Puh! Lass uns anfangen! Keine Augen! Oh, ich hab' Gesichtspuder gefunden! Ups, sorry! Warte! Sailor Moon, du bist die Beste! Hab' ich doch gern getan! Fangt an, euch zu schminken! Holly, der orangefarbe Liner würde perfekt zu dir passen! Du siehst genauso aus wie Sailor Mars! Nancy könnte Hilfe gebrauchen! Darf ich sie haben? Bitte! Bitte! Ich leh' dich an! Bitte! Oh, ein Stern! Der ist toll! Wie kann ich ihn befestigen? Wow! Sailor Venus! Ich hasse Müll! Oh, stimmt! Ein schwarzer Diamant! Und? Hast du Sailor Moon gefangen? Noch nicht! Ich bin auf ein kleines Problem gestoßen! Was? Das geht gar nicht! Erledige das so schnell wie möglich! Und los! Ich bin bereit! Oh, ich hoffe, ich lasse es nicht fallen! Meine Nägel! Warte! Das sind Handschuhe! Meine Nägel sind völlig in Ordnung! Unsere Hände brauchen ein Bad! Badebombe! Badebombe! Als nächstes! Weltraumblitzer! Sailor Moon badet! Viel Spaß im Rockpool! Hey, genug gespielt! Es ist doch nur ein Handbad! So! Diese Nägel sind total schön! Oh, ja! Ja! Was ist denn da los? Sieht sehr verdächtig auf, wenn du mich fragst! Wer ist da? Hi! Hi! Hübsches Sailor Moon! Au, mein Fuhl! Ups! Ich hab alles geklärt! Autsch! Hey! Brauchst du Hilfe mit deinen Haaren? Geht schon, danke! Gut! Hey! Was denkst du? Nicht gut! Hm? So musst du aussehen! So schön! Kannst du mir auf die Haare so machen? Bitte! Klar! Wow! Gern geschehen! Oh! Das Mädchen ist stark! Eine richtige Traumfrau! Hey, blonder Typ! Also, was ist los? Hast du das Mädchen? Noch nicht! Ah! Ich hasse es zu warten! Schnapp sie dir jetzt! Kapiert? Ja, Sir! Komm nicht ohne sie zurück! Oh, Sailor Moon! Du? Du versteckst Waffen unter deinem Umhang? Okay! Na, warte! Das sind Blumen! Oh, du bist so süß! Gehst du mit mir aus? Mädels, ich hab ein Date! Wow! Glückwunsch! Bye! Nein, Chef! Ich bin nicht mehr dein Angestellter! Ich bin soweit! Wollen wir los? Oh, Mist! Wo sind wir? Jetzt hab ich die volle Kontrolle über dich! Endlich! Was willst du von uns? Ich brauch nur eine Sache, um den Planeten zu zerstören! Deine Heizkette! Vergiss es! Vergiss es! Ja, das kannst du vergessen! Ich werde dich aufhalten! Nein, nein, nein! Tu das nicht! So gruselig! Dachtest du, du würdest mich besiegen? Ach, keine Chance! To the blue, Diamond! Du bist dran! Nein! Woher kommt dieses Geschrei? Sie braucht unsere Hilfe! Es ist Sailor Moon! Ich bin bewaffnet und gefährlich! Ich hab eine Katze! Hm... Was? Wow! Ja, ich seh fantastisch aus, ich weiß! Nein, weg da! Das Sailor Moons Garderobe! Oh, stimmt! Wir ziehen uns um! Ja, und das Mondzeptor! Das war mein größter Traum! Oh, Mann! Mach es sofort aus! Wir müssen los! Ich werde den Planeten zerstören! Puh, das ist ein ganz schöner Marathon! Tada! Seid ihr auch wieger? Ja, habt ihr meine Sachen an, oder was? Ja, wir sehen wirklich gut darin aus! Nancy, zeig dir deinen Führer aufzuhalten! Ja! Weißt du, ich hab auch eine Waffe! Was sagst du dazu? Oh, ich zittere! Das ist ein Kinderspiel! Was? Genau! Ich hab eine Idee! Kitty! Nein, ich hab eine Katzenallergie! Ja, wir haben geworben! Sehr schön, Mädels! Oh nein, Prinz Diamond! Er hat sich für mich geopfert! Wach auf! Warte! Das ist genau das Richtige! Hey Sailor Moon! Hier, bring deinen Prinzen zurück ins Leben! Sailor Moon! Du lebst! Ich schulde euch was! Vielen Dank, Ladies! Mädels, das habt ihr euch verdient! Von jetzt an seid ihr Sailor-Krieger! Sailor Venus! Sailor Mars! Das war eine harte Landung! Wie sind wir hier gelandet? Das ist ein Irrtum! Mach die Handschellen ab! Mach eine Pause hinter Gittern! Die Bösen! Wednesday, Pillar Bird, Megan! Die Guten? Vampire und Ben-Ben! Hey! Warum stehe ich auf der Bösewicht-Liste? Husch! Hey, ganz ruhig! Eine neue Insassin! Na, na, na! Mal sehen! Sie ist ein Vampir! Sorry, das war eine Verwechslung! Du stehst auf der Liste der Guten! Kann ich ein Biss-Autogramm haben? Das klingt gut! Ja, doch! Wow! Gib mir fünf! Ab jetzt bin ich in deinem Team! Ich muss diese Chance nutzen! Warte, weiß mich auch! Bitte! Du bist so blass, dass du wahrscheinlich kaum noch Blut hast! Naja, ich kann's ja mal versuchen! Ups! Was ist das? Das ist eklig! Willst du mich vergiften, du Psycho? Was ist das? Teil! Der Vampir ist erledigt! Hey! Was ist das? Nichts! Hey, Vampir! Wie geht's denn so? Oh, danke! Eine Checkliste, wie man ein Vampir wird! Ich fang mit dem Make-up an! Sing! Für den ersten Schritt brauche ich Inids Hilfe! Was? Hey, Sing! Ich verstehe nicht, was du willst! Ich gehe nirgendwo hin! Oh, okay, gut! Was willst du? Ich bin hier, um Wednesday zu sehen! Sie ist meinetwegen hier! Darf ich? Nicht so schnell! Erst dein Check-up! Hä? Du bist lustig! Komm rein! Was ist los, Wednesday? Was kann ich tun? Um mich zu befreien, muss ich ein Vampir werden! Du hilfst mir beim Make-over! Du verwandelst dich in ein Vampir? Ich gehe Klamotten holen! Du musst gehen! Ja! Bye! Oh, Sing! Was hast du mitgebracht? Inids Kosmetiktasche! Danke! Dann wollen wir mal loslegen! Was ist das? Oh, damit kann ich meine Haut bedampfen! Ich muss nur etwas Wasser hinzufügen! Und es einschalten! Oh, das fühlt sich gut an! Meine Haut ist total weich und glatt! Der nächste Schritt ist eine gründliche Gesichtsreinigung! Ich habe aber kein Reinigungsmittel! Oh, ich weiß, wo ich es herbekomme! Amor mio! Schöne Stimme, Ben-Ben! Ah! Darf ich dein Mikrofon haben? Okay! Danke! Hier ist der Schaum! Ich will mein Mikrofon zurück! Mein Bein ist noch nicht fertig! Okay! Grüß dein haariges Bein von mir! Ich bewege also meine Finger so! Und ich erhalte ein schönes Make-up! Hey, warum funktioniert das nicht? TikTok hat mich schon wieder reingelegt! Na gut! Ich mache es auf die altmodische Art! Wenn du eine Zeit lang an einer Wand kratzt, kommt vielleicht etwas Schönes dabei heraus! Und noch ein paar Ziegelsteine! Nein! Keine Herzen! Weg mit dir! Jetzt brauche ich noch ein Cat-Eyes-Look! Und rote Strasssteine! Das untere Augenlid mit Rotbeton! Wow! Das ist ein cooler Vampir-Look! Volle Wimpern! Dieser Lipgloss sieht zu blass aus! In meinem früheren Leben habe ich ihn geliebt! Ein Vampir muss die Lippen zum Strahlen bringen! Mehr roter Ziegelglitzer! Konturieren mit einem schwarzen Stift! Ich komme der Sache immer näher! Leuchtend rote Lippen! Ein Vampir-Outfit! Mal sehen! Eine Kiste mit Halloween-Kostümen! Da ist bestimmt etwas Brauchbares drin! Ja! Ein schicker Vampir-Umhang! Ich fühle mich, als wäre ich selbst ein Vampir geworden! Weiter geht's! Die Heizkrause von Wednesday! Das ist nicht vampirisch genug! Das kann ich aber ändern! Ich werde eine passende Heizkrause daraus machen! Und verziere sie mit einem blutigen Rubin! Gothic-Style! Wie wär's mit einem Kleid? Blau? Das passt nicht zu einem Vampir! Ich schalte die Farbkorrektur ein! Das war's! Fantastisch! Wow! Perfektes Rot! Das Outfit ist fertig! Was hast du da? Nur meine rosa Sachen! Okay! Du kannst reinkommen! Hey, Wednesday! Ich hab alles versteckt! Was? Rosa? Da bleib ich lieber für immer im Knast! Grab tiefer! Oh! Sehr schön, Inet! Da ist alles dabei! Und sogar ein Kleid! Oh, mein Vampir! Bist du verschwunden? Sie ist weg! Schau mal! Hier ist dein neuer Vampir! Reicht das? Hallo, Vampir! Hey, Ben-Ben! Lass mich raus! Ich bin ein netter Vampir! Darf ich jetzt gehen? Ist das ein Joke oder was? Du hast weder Vampiraugen noch Vampirzähne! Sorry! Nein! Lass mich raus! Hey! Mir reicht's! Beruhig dich erst mal! Was ist das? Ah! Was ist los mit dir, Wednesday? Ah! Berlin, bitte hilf mir! Lass dich schnell ein Leiter, damit der Elektro-Schocker-Winstein nicht mehr foltert! Danke! Ihr seid unglaublich! Das war pure Feuter! Papir Wednesday! Zeigst du mir, was als nächstes auf der Liste steht? Nichts! Es gibt keine Schritte mehr! Make-up, Klamotten! Wir haben alles erledigt! Zeig mal her! Es gibt noch viel mehr! Was? So viel? Zähne, Haare... Woher bekomme ich das alles? Keine Sorge! Ich lass mir was einfallen! Atme tief durch! Wir packen das! Du besorgst die Zähne und ich kümmere mich um deine Haare! Klingt das gut? Ja! Bin gleich wieder da! Zähne! Oh, Ben-Ben! Du kaufst Kaugummi! Hey, Bunny! Deine Kaugummi-Blase ist winzig klein! Ich wette, du schaffst keine große! Von wegen! Schau zu! Ups! Ich kann nichts sehen! Hilfe! Ich bin blind! Ich schnapp mir die Kaugummis! Hier ist das Material, das ich für meine Reißzähne brauche! Perfekt! Hm, ich brauch eine Perücke! Wenn es um Wednesday geht, gibt es nicht viel zur Auswahl! Hm, das geht nicht! Ich such weiter! Oh, ich werd mir meine Haarsachen anschauen! Mini, ich nehm deine Haare! Autsch! Oh-oh! Die Chemikalie ist auf der Perücke gelandet! Ich hab eine abgefahrene Idee! Ich werd alle Haare färben! Mehr Rot! Wow! Der perfekte Farbton! Hey, Wednesday! Aufgepasst! Hä? Cool! Mega coole Vampir-Frisur! Was kommt als nächstes? Die Nägel! Und was soll ich mit denen machen? Ich weiß es nicht! Das macht mich fertig! Oh, meine Nägel sehen total übel aus! Hey! Ich hab eine Idee! Ich hab Assistenten! Was? Tauch deine Hände da rein! Warum? Für eine Maniküre-Dummkopf! Heilige Feuter! Das sind Piranhas! Ah! Was? Wer ist denn da? Hey! Was? Ich hab nichts gemacht! Wow! Fabelhafter Effekt! Du! Raus! Gut! Es geht in die andere Richtung! Na schön! Hm! Okay, ich hab es fast geschafft! Hey, Wednesday! Schau mir beim Angeln zu! Oh! Wow! Das ist genial! Danke, Enid! Jederzeit! Die Vampirnäge sind fertig! Jetzt fehlen noch die Augen! Wie bekomm ich rote Vampiraugen? Ich weiß! Mufasa! Stirb nicht! Hört sich super an! Hey, Wednesday! Schau dir diesen Clip an! Was ist das? Oh nein! Das sind grausame Monster! Oh! Meine Augen sind rot vom Weinen! Jetzt bist du ein echter Vampir! Du bist ein super Hörn! Hey, Bam Bam! Kannst du mich rauslassen? Hä? Ein Vampir? Äh, klar! Vampire sind nett! Komm raus! Ja! Es hat geklappt! Sing? Nein! Falscher Anzug! Oh, das ist schon besser! Gratuliere, Vampire Wednesday! Warte! Da du ein Vampir bist, geh und beiß deine beste Freundin! Das will ich sehen! Okay! Aber du bist doch kein echter Vampir! Was? Warum willst du nicht zu einem Vampir? Zieh dir die Kiste an! Das ist eine Überraschung für dich! Und diese Kiste? Ja! Oh! Ihr steckt also dahinter! Bye, bye!